Wa qurrabbi zidni ilma Er sagt, dieses Herz kann niemals beschäftigt werden mit der Liebe zu Allah Und dieses Herz wird auch niemals Allah beabsichtigen und ihn wollen Und dieses Herz kann Allah auch niemals lieben Und dieses Herz wird auch keine Sehnsucht verspüren, Allah zu begegnen Dann sagt er Außer wenn was passiert? Wenn er sein Herz vorher auslehrt von all diesen Dingen, die sein Herz anbestrebt oder liebt oder beabsichtigt Und deswegen gibt es eine bekannte Regel unter den Gelehrten Diese lautet Das bedeutet, die Säuberung oder die Räumung oder das Freimachen einer Sache kommt vor dem Schmücken Was heißt das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah Wer an alles andere, was neben Allah angebetet wird Wer das leugnet, das ist die Räumung, die Freimachung, die Säuberung Wer das macht, wa yu'min billah Und dann an Allah glaubt und das ist die Schmückung Und einige Gelehrten wurden gefragt, beispielsweise Ibn al-Jawzi wurde gefragt Was ist besser, den Tasbih auszusprechen oder den Istirfar Soll ich vermehrt sagen Subhanallah oder soll ich mehr sagen Astaghfirullah Daraufhin gab er ihm das schöne Beispiel mit dem weißen Hemd Er sagte, ein weißes Hemd, welches schmutzig ist, tust du erst säubern Das ist unsere Takhliya Und dann tust du es erst parfümieren Genau wie hier mit unserem Herz Dieses Herz wird Allah subhanahu wa ta'ala erst vollkommen lieben Wenn was passiert? Wenn du dein Herz vollkommen von allen Dingen reinigst Die Allah nicht wohlgefällig sind Die er nicht mag Und dann erst kannst du ihn vollkommen lieben Und das beste Beispiel ist in unserer Schahada im Glaubensbekenntnis Wir sagen La ilaha Wir leugnen alles Wir tun unser Herz von allem anderen leugnen Und dann tun wir es ausschmücken Illallah La ilaha ist die Reinigung Illallah ist die Schmückung Und darauf weist Ibn al-Qaim hierhin Das heißt, das Herz kann Allah subhanahu wa ta'ala nur fest lieben Und richtig lieben, wenn wir unser Herz vorher säubern, reinigen Und dann erst füllen mit Iman und der Liebe zu ihm Und allen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig sind Hadaullahu a'lam Walhamdulillahi rabbil alameen